Hertha BSC zieht in Rostock mit erstem Saisonsieg in die nächste Runde. In einem spannenden Duell am vergangenen Samstag trat Hertha BSC gegen Hansa Rostock an, um den ersten Saisonsieg in der neuen Saison der zweiten Bundesliga einzufahren. Die Begegnung fand im Ostseestadion statt, wo beide Teams vor einer hochmotivierten Kulisse gegeneinander antraten. Der Sieg der Berliner ist ein wichtiger Schritt in Richtung Wiederaufstieg, nachdem sie in der letzten Saison den Rückschlag erleben mussten, in die zweite Liga abzusteigen. Die Partie begann intensiv mit beiden Mannschaften, die gleich zu Beginn ihre Ambitionen deutlich machten. Laut Berichten war es vor allem die offensiv starke Spielweise von Hertha, die den Unterschied antreiben sollte. Die Berliner hätten in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile für sich gewinnen können, während Hansa Rostock versuchte, durch Konterangriffe gefährlich zu werden. Dennoch blieb die Defensive der Herthaner stabil und ließ nur wenige klare Chancen der Gastgeber zu. In der 34. Minute gelang es Hertha BSC, die erste entscheidende Führung zu erzielen. Ein präziser Pass in den Strafraum führte zu einem hervorragenden Abschluss, der den Rostocker Torwart kalt erwischte. Mit diesem frühen Tor schien der Druck von Hertha genommen zu sein, weil sie nun mit einem klaren Ziel vor Augen agieren konnten. Die eigene Offensive dominierte die erste Halbzeit, während Rostock Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Nach der Halbzeitpause stellte Hansa Rostock seine Taktik um und ging offensiver ins Spiel. In der zweiten Halbzeit erhöhte sich die Anzahl der Chancen auf beiden Seiten. Die Gastgeber hätten mehrmals die Möglichkeit gehabt, den Ausgleich zu erzielen, aber die Abwehr von Hertha erwies sich als stabil. Insbesondere der Torwart der Berliner zeigte einige starke Paraden, die die Führung sichern konnten. Hansa Rostock unternahm alles, um den Ausgleich zu finden. Jedoch ging jede Möglichkeit am Tor vorbei oder wurde gekonpariert. In der Schlussphase des Spiels entschied Hertha BSC mit einem weiteren Tor das Spiel für sich. Ein Konter, der blitzschnell ausgespielt wurde, führte zum endgültigen Resultat. Das zweite Tor sorgte für die Vorentscheidung und stellte sicher, dass der Sieg in trockenen Tüchern war. Mit dieser Leistung konnte sich die Mannschaft für die kommenden Spiele sehr gut vorbereiten. Es war zu hören, dass die Spieler und der Trainer nach dem Spiel sichtlich zufrieden waren und optimistisch in die nächsten Begegnungen blickten. Die Fans von Hertha BSC konnten sich über einen gelungenen Auftritt ihrer Mannschaft freuen. Die gesamte Mannschaft demonstrierte Teamgeist und eine klare Spielstrategie. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für den weiteren Verlauf der Saison sein. Der Coach lobte die Umsetzung der geschulten Fehlervermeidung im Spiel und ließ durchblicken, dass man insbesondere im Hinblick auf die Zukunft großes Potenzial sieht. Die Überzeugung in der Mannschaft nach diesem ersten Saisonsieg könnte der Schlüssel für den Aufstieg sein. Autor Anita Farke, Sonntag, 18. August 24.